Halten Sie durch, Hans. Kleiner Teil wurde schon mal geöffnet. In Valadilen ist es 19.15 Uhr, Vater ist immer sehr pünktlich, aber er bleibt nicht mehr bei uns. Er gehört zur Manufaktur zurück, verschwindet in seinem Büro und... Ja, pünktlich um 19.15 Uhr. Neu. Automat, wenn schon, ja. Oh. Hm. 13.15 Uhr stimmt schon mal. Warte mal, 14.45 Uhr? Oh! Papa? Alter, das ist gemein. Oskar existiert nicht mehr. Hans, Sie hatten an alles gedacht, um Ihr Ziel zu erreichen. Koste es, was es wolle. Und wir haben einen Vorarlberg-Schlüssel. Hans, ist er... Aha! Hans, okay. Kate muss vorbereiten. Abfahrt jetzt. Ahahaha! Die Abfahrt vorbereiten? Aber was muss ich denn tun? Ahahaha! Tuck tut! Hans, Sie haben... Gut, wir haben jetzt einen Vorarlberg... Alter! Vorarlberg-Schlüssel. Den Zug aufziehen vielleicht? Boah, kein Oskar mehr, hey. Das ist echt hart. Das ist hart. Gut, es gibt wieder Soundtrack. Das bedeutet, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Mehr oder weniger. Entweder ich muss jetzt manuell den Zug aufziehen. Mit dem Vorarlberg-Schlüssel. Oder ich muss irgendwas am Zug machen. Aber ich konnte ja nichts mit dem Schlüssel an Hans machen. Hier ist sie das... Hier ist sie das... Mal gucken. Diese ganze Steuerung ohne Schlüssel zwecklos. Aha. Wo muss ich den Schlüssel? Diese ganze Steuerung ohne Schlüssel zwecklos. Diese ganze... Hm. Ach da. Das Ding klemmt. Okay. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Hm. Gut, jetzt ist das draußen. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Hol. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Kate, kannst du auch bitte was anderes sagen? Oh. 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 Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Gut, auf jeden Fall. Das Ding. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. okay kennen wir schon das muss ich nicht machen das ding klemmt das ding klemmt gut jetzt was sie noch die anzeige vollbekommen das ding klemmt das ding klemmt das ding klemmt das ding klemmt mal das ding einfahren das ding klemmt das ding klemmt das ding klemmt das ding klemmt das ist jetzt alles nur hier rumprobiererei das ding klemmt weil ich keine ahnung habe wie wo was wie vermutlich alle drei anzeigen müssen hier das ding klemmt oh aha so jetzt noch hier am rädchen drehen dazu funktioniert wir anscheinend wieder dazu